Hier haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal das erste Schloss. Und die guten alten Skeletors kommen wieder. Ich möchte hier bitte wieder Eis haben, denn damit kann man tatsächlich mal was gegen diese Skelette machen und dann voll kaputt. Denn Feuer macht da nicht viel. Warum auch immer nicht. Tja, das ist vielleicht meine Damen und Herren. Kann ich übrigens auch A drücken. Wenn man A drückt, dann kommt man an diese Blase, die ich hier mal demonstriere, und dann kann man da schön zu seinem Partner aufschließen, möchte ich sagen. Kann ja auch voneinander abspringen. Und dann alles... Naja, ich würde ja gern. Mann, jetzt wird er wach. Ha. Gut. Ne? Haha. Pop, 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 pop. Was? Ich kann doch nichts dafür. Was? Huh. Achso, du musst da eh hoch, ja. Ja, ich muss uns fallen. Du musst uns fallen. Wumms. Apropos, wir wollen noch den Superwumms zeigen. Wollen wir das gleich mal hier machen? Ne, ist ne doofe Position, wa? Haha. Ja. Anscheinend. Hier, schluckt das. Ah, wir müssen aber links hoch. Ne, rechts ist schon cool. Rechts nicht. Doch, hier. Mann, wie hier denn? So. Wie hier der Tod lauert. Der Tod lauert überall. Der Acknowledge, man. Ja, da hört ihr mal. Falls man das hört, dass die Wemo mit einem redet. Ja, das ist voll nervig. Ich weiß nicht, was ich bei dir gedacht habe, da so einen ekligen Lautsprecher reinzusuchen. Ja. Ich auch. Oh. Ich meine, du musst jetzt an denen scheitern. Ja, das stimmt schon, wa? Na, wobei die Wii ist ja so ein Billigprodukt. Ja, aber ich bitte dich. Jeder verkackte Billig-Handy-Lautsprecher. Oh. Oh. Für billige Handys. Oh. 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 Na. No. Juhu. Na. Ja. Sehr gut. Jetzt drück drauf. Super, Sterne. Jetzt sind wir voll die Disco-Buzzers. Oh, wie funky wir sind. So, einer muss links, einer muss rechts. Wer ist denn jetzt wo? Ja, einer muss rechts. Beide. Wahrscheinlich können auch beide. Oh, jetzt habe ich es dir gegeben. Aber, oh. Danke. So kann man super im Team arbeiten. In Mario. Kann sich auch gegenseitig nerven. Das macht auch sehr viel Spaß. Aber das kommt erst später bei den wirklich schweren Levels. Ja. So. Oh, das wird jetzt nicht einfach. Nicht einfach wird das. Niemals. Und los geht's. Ah. Ja, da wird es schon nicht einfach. Du holst die da unten. Ja, ja, ja. So arbeitet man zusammen. In Mario. Und dann kommt der nächste und klaut einem das Leben. Ja, wollte er. Wollte er. Da war nicht ganz geschaffen. Ich glaube noch zu. Oh. Na. Ah. Oh. Mach das mir aber auch nicht ganz einfach. Hier ist doch immer was zum Finden. Da hat er schon was. Ah, das hat mich voll reingepresst. Ja. So, ab durch die Tür. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Können wir ja voll dann mal Feuer spämmen. Voll der Caster jetzt hier. So. Da guckt er sich aber um. Ja. Ja. Oh. Könnte auch drauf springen, aber... Mach mal. Na gut. Für die Zuschauer. In die Richtung. Platz doch mal. Och. Ich hab gedacht. Gedacht hat er. Ja. Damit winkt das Unheil eigentlich an. Wie bei so vielen Geschichten. Ich muss sagen, nach dem ersten Level haben wir ihn ganz gut eingespielt. Ja, das erste Level hatte noch so seine... Tücken. So, jetzt geht er ins eigentliche Schloss. Zu dem kommen wir später. Ich freu mich schon... Ich freu mich schon auf die Lebenshäuser. Die sind die coolsten. Ja. So, speichern, ja? Ja, speichern wir mal. Dann sagen wir bestimmt gleich, wollen wir nicht eine Pause machen. Nee. Dann ist gut. Dann hat von diesen Pausen noch niemand etwas gehört. So viele Einsen. Oh. Alle tot. Hm. Ja. Hier ist nicht immer nichts wert. Wir können jetzt mal hier den Super-Boden-Action machen und dann die da unten vielleicht kaputt machen. Also los. Oh. Los. Los. Jawoll. Das war die Welle. Aber die macht die leider nicht kaputt. Naja. Was sind jetzt hier mal... Ich will genau unter Wasser. Unter Wasser übrigens... Vereiste Gegner fliegen nach oben. So, weil Eis leichter ist als Wasser anscheinend. Unter Wasser. Und dann kann man sie wieder runterdrücken und dann irgendwann sind sie wieder frei. Hier, kriegst du was. Genüsslich, diese Musik. Ja, und wenn die irgendwo gegenprallen, dann gehen sie in den Kopf. Oh, was ist ein Tier. Homing Missile. Mann, warum gehen die durch die Scheiße durch? Ich fahre mich auch. Durch Fahrzeugenlücke kam sie nicht durch. Das ist schon seltsam. Hier, holst du. Lach nicht. Mann, sag mal. So, ich bin jetzt hier voll cool oben. Ja, ich sehe schon was, voll die coolen Plan. Aber ich muss dir leider sagen, hier ist nichts. Man kann rüberspringen. Ja, das wollte ich aber ganz klar nicht. Ich habe hier was. Oh, hier. Auch schon klar. Wie soll man die denn alle kriegen? Tja, nun ist alles geblockt. Tja. Super hidden. Hätte man das vorher gewusst? Hätte man reagieren können. Aber geht auch ganz schnapp hier mit den Viechern, wa? Ist nicht ohne. Man darf ja auch nichts zerquetschen. Wir haben jetzt schon die Hälfte und haben immer noch keinen. Ja, stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube auch fast. Also nochmal zurück. Wann hier unten? Hehehe. Wann jetzt. So. Ich finde es voll cool, die zu eisen. Können ganz da machen. Oh. Ich glaube, da meckern die Zuschauer. Ich will das Ausfliegen machen. Achso. Dann geht es da rum. Und dann sage ich euch, ob es geklappt hat. Ich bin jetzt nicht mehr da. Ja. Ich bin voll voll alles. Also hier kommt nichts. Oh Gott. Boah. Ach nee, ich bin ja der da unten. Hahaha. Fast gestorben. Bye. Diesmal bin ich gestorben. Das war faszinierend, was du da oben gemacht hast. Das muss ich mal zugeben. Wo bleib ich denn jetzt? Hallo? Ah. Da ist er ja. Also irgendwo in diesem Level sind drei München versteckt. Ich glaube, hier war keiner davor. Ich glaube, die kommen alle später. Wer macht denn sowas? Entwickler. Japaner. Ah. Die wollten uns natzen. Jetzt bist du mal gestorben. Wieso ein Dreiteufels-Namen? Hey, Joe. Sag den Demo. Du weißt nicht, wieso. Boah. Da oben ist noch einer. Die würden uns sagen, ob das D1 ist. Na jetzt. Na, aber. Ja, du musst nattoll sagen, weißt du. Ich krieg jetzt. Boah. Willst du dazu sagen, wenn ich jetzt schon anscheinend deine Tolle gesagt habe? Klempi, die Muschel sagt. Klempi, die Muschel. Ja, das war der erste. Die ersten, Mensch, weißt du, wir machen hier so eine Pfff. Da hätten wir ja mal. Das gibt es vorher. Hier so eine Muschel hat doch bestimmt so eins von denen. Ja, das glaube ich sogar, aber die ja noch nicht. Nee. Das hast du gut georben. Fällt mir auch gut. So. Oh Gott. Puh. Da oben ist doch schon mal einer. Da muss man hoch mit diesem Fahrstuhl. Machst du das gut. Das ist ja so ein Wagen. Nein, das ist nur eine halbe Aussage. Und da schon die letzte Nahmensch. Oh, Klempi. Na, da war ich zu schwierig. Ich wollte dich beschützen. Doch Klempi hat mich nicht gelassen. Na. Na. Du. Ja. Da muss man sich nämlich erst hier von voll runter drücken. Dann muss man. Was? Vielleicht ist hier irgendwas drin, was uns den Weg erleichtert. Aber eher nicht. Was? Das ist jetzt schon doof. Aber ich glaube auch, man muss da von rechts durchschwimmen. Beim ersten wird man total nach unten geballert. Und dann schafft man es. Jetzt muss man bloß die Fische durchlassen. Boah. Boah. Also. Oder? Nee. Boah, das war... Nein. Oh, dieser Fischverkehr hier. Oh, ich will mehr Fischverkehr. Ja, oh, das sieht noch gut aus. Ja, ich weiß, aber irgendwie ganz rechts am Dach nicht. Aber da ist auch ein Dings daneben, siehst du? Ja, ja. Vielleicht muss man da ja noch rein. Vielleicht ist der zum Wegkommen. Na, wegkommen kann man aber wegschwimmen. Nein, das haben wir nicht gedacht. Das ist doppelt. Gemoppelt. Vielleicht muss man hier irgendwo rein. Vielleicht muss man noch ein Stück vorwärts. Was denkst du? Es ist doch selten, dass es... Ja. Das einen zurückballert. Aber hier kommt ja auch nichts weiter. Hm, Mario. Ein Spiel voller Mysterien. Ja, ich weiß. Dann muss es da irgendeinen Trick geben. Das ist doch sicherlich. Schon mal geschafft, ja. Aber jetzt ist da dieser Dings auch noch im Weg. Ja, das ist ja jetzt ziemlich doof. Oh, guck mal da rechts, die Küssen sich. Boah. Boah. Mano. Könnte ich auch nicht einfach so machen. Ja, das kann man nicht so durchgehen lassen. Wären wir, wären wir, wären wir, hätte jemand von uns einen... Stein-Kirby. Ja, einen Stein-Kirby. Dann würden wir ihn tot machen. Hätten wir, weißt du, dann könnte einer sich in diese Blase machen und dann könnte einer durchschießen hier. Und die nun dann quasi die Infrarante hinter diesen Strudel-Dächtchen nachschießen. Stößt nicht, oh, tot. Und wenn ich jetzt sterbe, stirbst du auch. Ja, wir müssen ja eh sterben, weil... Ja, müssen wir das? Na, die Zeit läuft eh gleich ab. So, da stehen wir vor unserem ersten großen Problem.